Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Kalinka. Der Kalinka ist ein recht heftiger Short-Drink, den man gut als im Sommer servieren kann, weil er schöne, exotische Aromen hat. Für ein Glas werden folgende Zutaten benötigt. 4cl Wodka 2cl brauner Creme de Cacao 1cl frisch gepresster Zitronensaft Cocktailkirsche 1 Stück Zitrone Eiswürfel Folgende Utensilien werden benötigt. Shaker, Strähner, Tumbler, Cocktailspieß Zubereitung Eiswürfel in einen Shaker geben. Wodka, Creme de Cacao und Zitronensaft dazugeben. Alles gut durchschütteln. In einen gekühlten Tumbler abseihen. Das Stück Zitrone und die Cocktailkirsche auf den Cocktailspieß stecken. Den Trink damit garnieren. Sofort servieren. Als Beilagen eignen sich Crackers, Erdnüsse, Kartoffelchips oder Salzstangen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!